Torhüter – Parade mit inaktivem Arm Wie immer ist ein 7-Meter-Wurf ein Zweikampf zwischen der Erfahrung des Schützen und der des Torhüters. In diesem Video möchte der Torhüter der Schützen dazu motivieren, den Abschluss an der rechten Seite zu versuchen. Er provisiert den Schützen mit einer Bewegung des linken Beins kurz vor dessen Abschluss und die Falle schnappt zu. Der Schuss wird an der vermeintlich unverbreitenden Seite durchgeführt, der inaktive Arm steht aber bereit und überrascht den Schützen.